es 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 und herzlich willkommen zu einer neuen Mod Vorstellung. Ich zeige euch heute den Echery Trailer von Kast, nun geupdatet für die Person 1.31 und supported für das Trailer Kabel. Das ist praktisch der Trailer hier. So sieht er aus. Dann gibt es natürlich in verschiedenen Ausführungen und natürlich mit verschiedenen Skins mit dabei. Hier könnt ihr schon mal ein bisschen was sehen. Mal so grob drüber geguckt. Und da haben wir natürlich jetzt hier, da handelt es sich praktisch um diesen Trailer hier. Einmal mit Kühlfunktion, dann hier mit so einem Hebebühnen-Dingsbums dran. Lifterachse ist eh klar. Müssen wir mal schauen. Ich glaube da gibt es sogar mit Klima. Müssen wir mal gucken. Sogar zwei Achse für die Stadt. Und was mich jetzt interessiert ist natürlich jetzt hier. Wir haben ja hier die BDF Version. Ob hier dann praktisch auch das Trailer Kabel dran hängt. Weil wir brauchen ja hier schließlich auch eine Verbindung. Nicht nur hier vorne für die Zugmaschinen, sondern auch hinten. Und wir schauen uns dann dementsprechend den halt auch an. Hier auch so eine Erhöhung drin und dann mit kleinen Reifen. Und hier natürlich dann auch mit der Kühlfunktion. Schauen wir mal durch. Mit verschiedenen übrigens Kühlaggregaten. Auch für die Zweiachs-Trailer. Und hier natürlich dann auch für die zusätzlichen BDF Version, also den Gigaliner. Und da, den schauen wir uns jetzt heute an. Weil mich jetzt interessiert bei den anderen Trailern ist es klar, dass wir hier vorne das Kabel dran haben. Das ist ja verständlich. Aber hier interessiert mich noch, ob hier auch ein Kabel mit dabei ist. Und ich habe mir natürlich schon einen Trailer rausgesucht. Das sind wir ganz frech. Und die sind wir hier rein. Wo sind wir denn? Das sind wir doch hier schon. So, gucken wir doch mal dahinten. Steht er doch schon. Ah, ein Stückchen noch. Noch ein Stückchen. Jetzt sind wir richtig. Dann gucken wir doch mal. Da ist er. So. Da steht er. Dann gucken wir doch nochmal. Ob das alles auch so passt, wie es passt. So. Hingen wir unseren Scania mal hinten dran. Mal Licht haben. Das ist doch dunkel draußen. So. Dann schauen wir doch mal. Fangen wir mal ein Stückchen in die Sonne, dass wir ein bisschen was sehen. Fangen wir mal ein Stückchen in die Sonne, dass wir ein bisschen was sehen. Also. 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 hier kann man es schon gut erkennen. Wir machen es mit der freiwilligen Kamera. Dann sehen wir es besser. Also. Wie wir hier sehen können. Das funktioniert. Kabel hängt dran. Und wie sieht es jetzt hier aus? Jawohl. Darum geht es. Also. Wir haben auch hier zwischen Zwischen Trailer und BDF-Trailer haben wir hier nochmal diese Kabel mit dabei. Hier hinten. Die ganze Lichter. Die funktionieren natürlich alle. Das ist ganz klar. Hier natürlich dann auch. Hier an der Seite natürlich auch mit Rückfahrscheinwerfer nochmal hier. Das wir wirklich was sehen. Ja. Mehr gibt es im Prinzip ja zu dem Mod nichts hinzuzufügen. Es hat sich ja nichts geändert beim Mod halt. Nur dass er jetzt. Ja. Geupdatet worden ist für die neue Version 1.3. Und dass dieses Trailer Kabel jetzt nun mit dabei ist. So. Es muss wahrscheinlich hier nicht zum Gegenrammel. Mich gar nicht einfach hier immer. So. Jetzt müsst ihr mal stehen bleiben. Jetzt können wir hier nochmal kurz gucken. Das Kabel. Ja. Das sieht doch gut aus. Alles hier. Jetzt fahren wir hier noch schnell um die Kurve. Bisschen weit ausholen, weil sonst wird es nichts. Ja. Sieht doch gut aus. Ja. In Skandinavien haben wir wenigstens anständige Straßen. Da geht es. Und schon läuft der Laden. Sieht doch hübsch aus, oder? Halt. Stopp. Also wie gesagt. Supported nun für die Version 1.3. Läuft wie Sahne. Mit den Trailer Kabeln. Einmal vorne und einmal hinten. Auch für die BDF-Version. Find ich gut. Skits sind auch mit dabei. Habt ihr vorher gerade gesehen. Läuft wie geschmiert. Gut. Da war es eigentlich auch schon. Da wünsche ich euch viel Spaß jetzt mit dem Trailer von Kast. Lasst uns da dafür. Wenn Fragen sind, kommentieren oder halt dann im SDS Forum im Beitrag. Also Topic. Link dazu. Alles in der Beschreibung. In diesem Sinn. Viel Spaß damit. Macht's gut. Bis bald. Und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017